Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Karex Reisemobiltechnik aus Gastro-Brauxel. Wir haben hier einen kleinen Wohnanhänger. Kleinen ist eigentlich bescheiden ausgedrückt, der hat es also ganz schön in sich. Das ist hier ein ETS RV505, schimpft er sich. Und hinter jeder Klappe, die man aufmacht, verbirgt sich hier wirklich ein technisches Highlight. Hier zum Beispiel ist eine Spüle drin, sogar hier mit Beleuchtung, dass man hier auch abends, schön, haben sie sich gut ausgedacht, dass man das Ganze auch beleuchten kann, dass man weiß, was man spült oder was man wäscht. Hier hat er so ein kleines Gaskochfeld mit einer kleinen Gasflasche bzw. Pulle. Ups. Ja, das ist alles hier spitz auf Kopf. So, dann guck mal hier in dem Fach hier, hier sind zwei Batterien drin. An der Seite hat er noch einen Wechselrichter, da oben drüber befindet sich noch ein Solaregler. Dann hat er hier noch eine Steckdose, da oben ist der Batterietrennschalter. So, dann geht es hier weiter. Hier hat er noch zwei Staufächer, Reserverad. Hier haben wir noch ein weiteres Fach, hier ist dann der Landstromanschluss in Verbindung mit einem Kompressor. Wofür der jetzt genau da ist, weiß ich gar nicht. Was ist das hier? Nee, hier ist ein Wechselrichter, das ist ein Wechselrichter hier. Das andere Teil müsste ich mal gucken. Nee, gar nicht wahr. Das ist hier ein Ladegerät, 40 Ampere Ladegerät ist das. Für die Batterien, die wir gerade gesehen haben. Hier hinter haben wir noch eine Dieselheizung, eine Dieselluftheizung, die da verbaut ist. Muss man aber auch sagen, ist alles ordentlich gemacht. Also ich kannte die Firma bis jetzt noch gar nicht. Hier haben wir die Heizung. Hier unten haben wir die Außendusche. Das ist aber auch alles hier. Guck mal hier, da ist alles wirklich, ist wirklich schön gemacht. Dann haben wir noch ein weiteres Fach hier vorne, ein Staufach. Verlängerungskabel und halt alles, was man mit sich führen sollte. Da vorne ist noch ein kleiner Feuerlöscher mit drin. Und hier vorne haben wir noch mal auf der Deichsel noch ein großes Staufach. Was da drin ist, weiß ich nicht. Kommen wir jetzt auch nicht dran, weil wir es hier vorne ausgeklappt haben. So, was müssen wir an dem Fahrzeug machen? Ihr seht schon hier die Kartonage. Wir müssen hier, der hat hier noch einen Tank, sehe ich gerade hier. Also der kriegt eine Klesana. Das ist nochmal ein Kraftstofftank. Ja sicher, guck mal hier, mit einem Benzinhahn, alles. Der hat nochmal irgendwo nochmal einen Generator. Vielleicht sitzt er auch da unter dem Staukasten drin, ich weiß es nicht. Möglich ist es. Der hat dann noch einen Auspuff oder so unten drunter. Einen Druckluftanschluss haben wir hier. Hat er auch. Also irgendwo wird er noch ein Generator oder irgendwas haben. Weil hier vorne sieht man auch, hier vorne haben wir nochmal einen Druckluftanschluss. Ja, interessant auch für uns, weil wir müssen diese Klesana hier da einbauen. Die hat also hier drin nur eine kleine, ich gehe mal hier schon mal rein, nämlich hier drin eine kleine Nasszelle. So, die ist, hier ist natürlich hier drin, ist alles sehr, sehr eng bemessen. Hier war also gerade noch ein recht großes, räumiges Bett aufgebaut. Das habe ich gerade mal zurückgebaut. Dann geht dieser Tisch mit so einer Kurbelkammer dann hochkurbeln. Und dann hat man hier eine richtig, richtig große Sitzgruppe. Ja, aber hier in dem Bereich spielt sich für uns unser Aufgabenbereich ab. Wir werden hier eine Klesana einbauen. Dafür haben wir auch hier unsere Möglichkeiten, dass wir mal hier anpassen können. Und wichtig ist, dass wir das mit dem Kunden vorher abgesprochen haben, dass diese Nasszelle hier künftig auch nicht mehr als Nasszelle genutzt werden kann. Weil in Verbindung mit der Klesana und mit der Elektronik, die in der Klesana drin ist, verträgt sich das nicht. Und das haben wir jetzt gerade mit dem Kunden abgeklärt. Er sagt, er wird hier drin nie duschen, hat er nie vor. Deshalb können wir auch über den Abflusskörttember, also auch die Klesana drüber setzen, brauchen wir aber nicht. Wir werden hier mit einem L-Sockel arbeiten. Hier hinterher kommt dann die Kabeldurchführung für die Stromversorgung. Und so hier ungefähr in dem Bereich, so irgendwo, wird dann die Klesana sitzen. So, und dann, wenn man jetzt hier reinkommt, so, dann muss man sich halt ein bisschen breitbeinig hier hinstellen, so in der Form. Dann kann man sich ja eine Spüle hier, die Zähne putzen, Hände waschen. Aber das ist hier auch, guck mal, selbst meine Hände, da passt noch niemals gerade eine Hand rein. Also alles sehr, sehr klein bemessen. Es ist halt so, es ist ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ja, hier haben wir noch eine große Heizung, weil das ist groß. Das ist auf 12 Volt, ETS Products Group. Vielleicht auch eine Klimaanlage. Was machen die? Ja, klar, ist eine Klimaanlage. Guck mal, Klima und Heizung ist das, beides. Weil da steht auch ein Klimasymbol mit drauf. Ja, also ist schon wirklich absolut durchdacht, muss man sagen. Da hinten haben wir den Elektroblock. Da gehen wir gleich dran, beziehungsweise hier an den Batterien. Sind von da aus unser Kabel, 10 Quadrat, hier unten drunter. Und werden dann hier die Klesana positioniert. Vorher war hier eine andere Toilette drin. Hier sowas. So eine Camping-Toilette. Kennt ihr alle? Die kommt raus. Ist auch alles neu. Ist alles unbenutzt. Das ganze Fahrzeug ist neu. Ich glaube, da hat noch nie einer drin geschlafen. Also sieht zumindest danach aus. Ja, was man schön gemacht hat, ist hier vorne diese gesamte Bedieneinheit. Das ist eigentlich wirklich gut gemacht. So. Dann werden wir jetzt hergehen, uns an die Arbeit machen und die Klesana einbauen. Wenn das drin ist, dann zeigen wir euch das Final nochmal. Und der Kunde hat schon gesagt, der Kunde hat schon gesagt, macht das ja vernünftig. Macht das ja ordentlich. Ach so Wahnsinn, was hier alles drin ist. Ja, in dem Sinne, ein kleiner Cut für euch, ein etwas größerer für uns und dann sage ich bis später. Liebe Reisermobil-Freunde, der kleine Wohneinhänger ist fertig. Den hat jetzt von uns die Klesana bekommen. Zeige ich euch einmal, wie das aussieht. Schaut mal hier. Jetzt geht mein Handy. Muss ich einmal kurz wegdrücken, da rufe ich gleich zurück. So. Ja, hier sind natürlich die Platzverhältnisse extrem, extrem eingeschränkt. Das ist ja normalerweise in der Nasszelle. Deshalb haben wir auch hier oben nochmal so einen Hinweis gemacht. Ach, Achtung, Raum nicht als Nasszelle benutzen. Klesana, Ausrufezeichen. Weil hier hinten, hinter der Klesana ist also auch ein bisschen Elektronik drin. Das darf natürlich nicht nass werden. Deshalb kann hier das so in der Form nicht mehr als Duschraum benutzt werden. Da ist ja auch ein Abfluss, seht ihr auch hier vorne. Der kann also künftig nicht mehr so benutzt werden. Weiß der Kunde auch, er sagt, ich werde da auch nie drin duschen. Deshalb auch die Klesana. Okay, dann machen wir das. Trotzdem nochmal einen Hinweis schild, falls das Fahrzeug doch irgendwie verkauft wird oder so. Wer weiß, dass derjenige, der das Fahrzeug hier wirbt, dann auch Bescheid weiß, dass das hier nicht als Nasszelle... Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, wie man hier noch drin duschen sollte. Das ist ja wirklich alles sehr eng. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie kann ich euch das denn mal demonstrieren? So kann man ja... Also man könnte hier drin auch gar nicht mehr duschen. Das ist einfach zu eng. Selbst jetzt hier beim Toilettengang müsste hier die Tür offen bleiben. Anders geht es nicht. Aber das haben wir im Kunde alles vorher gesagt. Haben gesagt, pass auf, wenn die Klesana drin ist, hast du hier wirklich fast keinen Platz mehr drin. Ist alles so abgesprochen, ist alles so genehmigt. Ob das so Sinn macht, ob das der ein oder andere gut findet oder nicht, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. So, das Display haben wir hier vorne hingesetzt. Hier ist auch alles Metall, seht ihr hier auch. Wenn ich jetzt hier den Deckel aufmache, dann leuchtet hier auch alles. Da ist das Display verbaut. Dann haben wir, kann ich euch mal zeigen, hintenrum auch ein Löchscan gebohrt. Haben dann das Kabel von da aus durchgezogen. So, es geht dann hier lang. Natürlich auch alles vernünftig in Schutzrohr. Geht hier hoch. Die Klesana-Verbindung geht hier durch. Geht dann hier lang. Hier durch. Unter der Sitzbank. Hier vorne lang. Das ist die alte Toilette, die kommt wieder rein. Und dann haben wir hier vorne in dem Bereich, wo eh schon die Batterien und alles drin sind, haben wir dann die Sicherung für die Klesana gesetzt. Sicherung und einmal die Abschaltung. Weil die hat auch einen ganz kleinen Ruhestrom. Wenn man das nicht mehr haben möchte, dann drückt man einfach hier drauf. Zeigt euch mal. Zack. Jetzt ist die Klesana stromlos. Und so in dem Fall ist jetzt wieder eingeschaltet. Mehr war das hier an dem Fahrzeug nicht. Nur ein kleiner Auftrag. Nur nicht Klesana. Haben wir gemacht. Aber wie gesagt, der ist von der Ausstattung her wirklich top. Wie ein Reisemobil. Angefangen von der Markise bis hin zur Dieselheizung. Ist hier alles drin. Top gemacht. Und wirklich ganz, ganz, ganz kompakt das Fahrzeug. So, das soll es gewesen sein von uns für dieses Fahrzeug. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Abonniert unseren Kanal. Den Link dafür finde ich hier unten. In dem Sinne. Alles Gute. Euer Karex Team. Ich wünsche euch alles Gute.